Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentle Nerds zum nächsten Tag der Amazon Prime Days und ich habe euch mal wieder ein paar Sachen rausgesucht, ein paar Sachen sind auch dabei, die es gestern schon gab, aber ja, ein paar Sachen sind auch neu dazugekommen und da wäre auf jeden Fall zum allerersten Mal das hier. Der Amazon Echo Dot der dritten Generation, hier mit schönem Anthrazitstoff etc. pp. 19,49€ auf jeden Fall ein ziemlich guter Preis, vor allem wenn man überlegt, dass der Normalpreis bei 50, 60€ liegt. Jetzt für unter 20€ ist auf jeden Fall ein Hammerangebot, also wer mal da so einen smarten Speaker haben möchte mit Alexa und damit vielleicht das ein oder andere Smart Home Gerät bei sich zu Hause steuern möchte, der kann jetzt hier auf jeden Fall mal zuschlagen und das erste Mal sowas für sich vielleicht testen oder falls ihr vielleicht schon ein Smart Home habt und keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel im Wohnzimmer schon einen Echo Dot, aber ihr sagt, naja, aber ich möchte auch manchmal so vom Schlafzimmer aus noch das Licht im Flur ausmachen können und dann kann man sich so ein Ding halt eben auch noch ins Schlafzimmer stellen, wenn man möchte. 20€ kann man auf jeden Fall nicht meckern. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein, falls das was für euch ist. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, transparenterweise. Es sind natürlich Affiliate Links, das heißt, ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich bekomme von Amazon eben eine kleine Provision, wenn ihr das Ganze über meine Links kauft. Dementsprechend würde ich mich für diesen Support auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen und bedanke mich schon mal im Voraus dafür. Nicht nur der Amazon Echo Dot ist jetzt hier günstiger, also von den Alexa Geräten, nein, wir haben auch noch ein weiteres Gerät, was ich in jedem einzelnen Raum nutze, wo ich einen Fernseher habe und zwar ist das der Amazon Fire TV Stick 4K und wie ihr sehen könnt, sie haben diesen Artikel zuletzt am 13. Oktober 2020 gekauft. Das war gestern, das war nämlich vor 0 Uhr und ich meine gesehen zu haben, dass da irgendwas von 48 Stunden stand. Ihr seht es jetzt, steht ja hier natürlich bei mir wieder auf 58,48 Euro. Aber wenn ihr jetzt mal hier reinschaut, habe ich euch hier mal so ein kleines Bild gemacht. Ich habe es da auch schon mal ein bisschen größer gemacht, den Preis 29,24 Euro, weil das Problem ist, wenn man da einmal draufklickt, also wenn man da beim ersten Mal draufklickt, dann kann man das ganz normal für diese 29,24 Euro in seinen Warenkorb reinpacken und wenn man das Ganze aber dann fertig abgeschlossen hat, also den Kauf abgeschlossen hat, dann sieht man den alten Preis wieder. Aber alle, die da zum ersten Mal draufgehen und Amazon Prime halt eben haben, die sehen halt als erstes diesen 29,24 Preis und können es auch für diesen Preis kaufen, ist aber limitiert. Pro Amazon Prime Account könnt ihr nur ein Gerät kaufen und finde ich auch fair, ehrlich gesagt, weil letztes Jahr war das echt ein bisschen Kacke. Da gab es dann Leute, die dann vier, fünf Stück auf einmal geholt haben und andere sind dann halt eben leer ausgegangen. Das ist natürlich etwas schade gewesen an der Stelle, aber verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr draufklickt, solltet ihr, wie gesagt, die nächsten 48 Stunden, glaube ich, wieder diesen günstigeren Preis bekommen. Ich habe, wie gesagt, an jedem Amazon, also an jedem TV-Gerät schon einen Amazon Fire TV Stick. Man verbindet das dann einfach mit WLAN. Man kann darüber Netflix gucken, Amazon Prime gucken, man kann darüber YouTube gucken, Twitch gucken, neuerdings sogar Fernsehsendungen gucken, sowas, so diese öffentlich-rechtlichen wie das erste ZDF, whatever. Ähm, ja, also wer es braucht, ich gucke keinen Fernsehen, ich bin da eher so Netflix und Amazon Prime Video. Das ist so eher mein, ähm, Gebiet, wo ich mich aufhalte. Aber für den Preis kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ähm, ihr seht es jetzt hier sogar rechts an der Seite ARD, ZDF, etc. pp. Alles steht mit dabei, Disney Plus, Waipu, ähm, ja, wie gesagt, alles Mögliche hiermit möglich. Ähm, und vor allen Dingen für unter 30 Euro, echt ein hammergeiles Ding, kann man nicht meckern. Dann, als nächstes, ähm, ich habe mal geguckt von Aukey. Aukey ist so eine, so eine, ja, auch so eine kleine Lieblingsmarke neben Xiaomi von mir. Ähm, und Aukey, die machen eigentlich sehr, sehr, sehr gute Webcams. Die erste Webcam hier, mit der ich gestreamt habe, war zum Beispiel eine Aukey, die steht immer noch rechts hier neben, ähm, als Backup-Kamera, falls diese hier mal ausfallen sollte, wovon ich nicht ausgehe oder was ich nicht hoffe, aber, hm, lieber ein Backup haben, als nicht haben. Und dementsprechend, ja, ist das da noch als Backup. Und von denen ist die Qualität, also das ist halt wie ähnlich wie bei Xiaomi. Hohe Qualität, sehr, sehr, sehr gut verarbeitete Produkte für einen guten Preis. Und dieser gute Preis ist jetzt noch mal besser, weil er noch mal günstiger geworden ist. 16,99 Euro für eine 20.000 mAh Powerbank. Und das Schöne bei, ähm, Aukey ist, dass das auch hier eine wirkliche 20.000 mAh Powerbank ist. Weil, also jedenfalls bei den Powerbanks von Aukey, die ich bis jetzt getestet habe, die ich aufgemacht habe, wo ich mal reingeguckt habe, ist auch das drin, was draufsteht. Das ist bei wenigen Herstellern von Powerbanks leider der Fall. Ähm, bei Aukey kann man sich da drauf verlassen und deswegen 16,99 Euro für 20.000 mAh. Keine Ahnung, wenn ihr vielleicht draußen öfter mal unterwegs seid, ähm, und vielleicht Pokémon Go spielt. Oder wenn ihr, ähm, mit solchen Kameras hier unterwegs seid und vielleicht draußen das Ding mal irgendwo in Wald ins Feld oder sonst wo über Nacht hinstellen wollt, um vielleicht eine Starlabs-Aufnahme zu machen. Richtig geil. Da, äh, hab ich auch, ähm, ja, zeige ich euch mal kurz was. Da hab ich nämlich hier auf meinem Zweitkanal Schimmermedia Raw eine Starlabs-Aufnahme gemacht. Hier, äh, vom Nachthimmel über Frohnhausen, also über dem Ort, wo ich wohne. Und das sieht so hammergeil aus. Ihr seht es hier, das ist so ein Hochsitz und hier könnt ihr auch sogar noch die, ähm, diese Hülle davon sehen. Ist tatsächlich eine, ähm, ja, so eine Powerbank von Aukey. Und, äh, das Ding, das hab ich da quasi hier einfach an so einer, an so einer 360-Grad-Kamera angeschlossen, über Nacht dahingestellt, in der Hoffnung, dass es keiner mitnimmt und, äh, morgens dann irgendwann abgeholt. Auf dem Dorf kann man sowas mal machen, in der Stadt wird das wahrscheinlich schwieriger. Aber schaut's euch einfach mal an, ähm, ist quasi lange Belichtungszeit. Und deswegen sieht das abends auch noch ein bisschen, also das ist jetzt eigentlich spätabends gewesen. Das sieht aber jetzt aktuell noch relativ hell aus. Wenn ihr da im Himmel mal ein bisschen schaut, seht ihr schon, dass da ein paar Sterne unterwegs sind. Und diese Sterne werden natürlich so langgezogen, so Schlieren ziehen, weil lange Belichtungszeit, die Erde dreht sich ja. Und, äh, der Himmel bleibt ja gleich stehen. Aber die, ähm, dadurch, dass die Erde sich dann quasi dreht, lange Belichtungszeit, dann ziehen diese einzelnen Punkte, diese Sterne am Himmel, eben solche Schlieren. Und dadurch, dass wir eine 360-Grad-Kamera haben, können wir da noch eine komplette Drehung dann so ein bisschen mit reinbringen. Und man hat eine richtig geile Aufnahme. Und, äh, dafür ist natürlich eine Powerbank vonnöten, weil ich sag mal hier von der Insta360, der kleine Akku hier, mh, der hält auf jeden Fall nicht die ganze Nacht aus. Da muss schon eine Powerbank ran. 16 Euro kann man nicht meckern. Ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein zusätzliches, gutes, ähm, Gadget, was man sich zu solch einer Kamera mit dazu holen sollte. Aber ich zeige euch das Ganze mal hier. Ähm, und, äh, ja, es sieht halt einfach mega schön aus, ne? Wenn wir das hier so sehen, das ist quasi hier, äh, das ist hier rechts, das ist noch Sicherheitshausen tatsächlich. Hier haben wir sogar eine Sternschnuppe oder ein Flugzeug oder einen Satelliten oder sowas gesehen. Äh, und das hier hinten ist Frohnhausen. Ab und zu haben wir hier so ein paar kleine, ähm, Effekte, sage ich mal drin, so, 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 so ein Flackern. Ähm, das kann mal passieren, äh, das liegt quasi an dem, äh, da, wo die, wo die zusammengeschnitten werden. Und dann wird es natürlich relativ hell morgens wieder. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Aufnahme. Und die war auch nur möglich dank einer Powerbank in Verbindung mit solch einer 360-Grad-Kamera. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und dann, äh, für die LED-Liebhaber unter euch. Ähm, da gibt es ja schon den ein oder anderen und ich bin selber auch LED-Liebhaber. Ich habe hier hinten LEDs, ich habe hier LEDs hinter dem Regal verbaut. Und demnächst wird es noch ein weiteres Projekt auf meinem YouTube-Kanal geben, denn ich habe vor, mein Bett mit LEDs zu versorgen. Und zwar unten drunter, so komplett, dass das Bett einfach, dass ich quasi mit Alexa das Ganze auch steuern kann und sagen kann, schalte Bett ein, schalte Bett aus und, äh, ich mag diese indirekte Beleuchtung von unten. Ist einfach sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, kann unter anderem vielleicht sogar romantisch sein. Und, ja, sowas kann man sich hier 5 Meter, ähm, hier mit Steuerung, mit Fernbedienung, mit alles drum und dran, Netzteil dabei, für 13,59 Euro kaufen. Und schon allein, wenn man sich überlegt, manche Netzteile kosten schon allein über 10 Euro. Und hier haben wir noch 5 Meter LED dabei, Fernbedienung dabei, Steuerteil dabei, 13,59 Euro. Da kann man absolut nicht meckern und vor allem, es wird sogar noch günstiger, denn wir haben hier unten noch einen 10% Rabattgutschein. Ich habe hier schon reingeklickt. Das heißt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auf diese 13,59 Euro, da werden nochmal 10% abgezogen, wenn man damit an die Kasse geht. Probiert es einfach mal aus, Link ist in der Videobeschreibung. Könnte auf jeden Fall was für euch sein. Soweit ich aber gesehen habe, ist dieses, äh, Steuerteil hier nicht LED-fähig. Ähm, nicht WLAN-fähig, sorry, nicht WLAN-fähig. LED-fähig ist es selbstverständlich. Ähm, und für den, das nicht genug ist, der da quasi ein WLAN-fähiges Gerät haben möchte, äh, da gibt es hier von Cololight den LED-Stripe. Und, äh, da sind wir bei 50 Euro mit dabei. Klar, ist auf jeden Fall etwas teurer. Wir können hier aber auch noch so, das sind halt nur 2 Meter, auch keine 5 Meter. Aber das Ding, äh, lässt sich mit Alexa steuern. Das ist in, ähm, ihr seht es hier auch, Alexa, Google Home, HomeKit und so weiter und so fort. Ist quasi damit komplett, ähm, kombinierbar. Äh, haben natürlich auch WLAN hier mit am Start. Und, äh, vor allem ist das was Besonderes, weil, so wie ich das mitbekommen habe, hier sieht man das auch, jede LED ein Spektakel. Weil, hier kann man wirklich jede LED einzeln einstellen. Ne, das heißt, wir können wirklich jede, jede einzelne LED an diesem Ding hier separat steuern. Und, äh, das ist natürlich ein bisschen was Besonderes. Das habe ich so bei anderen noch nicht gesehen. Und, äh, by the way, mit genau diesen LED-Stripes werde ich meine, äh, Geschichte mit dem Bett auch, äh, machen. Ich hab da mal so ein paar Päckchen bestellt. Also, ich hab nicht nur ein Set davon, sondern ich hab da ein paar mehr Sets. Und, äh, weil ich quasi hier mal zwei Meter brauche, da zwei Meter, da zwei Meter, da zwei Meter. Also, ich hab da so ein paar Verlängerungspäckchen auch noch mit am Start. Äh, ich hoffe, ich kriege das mit den Netzteilen etc. pp. alles so hin, dass das am Ende auch funktioniert. Ähm, sonst habe ich ein Problem. Aber ich denke mal, ich kriege das schon irgendwie hin. Äh, und wenn ja, dann gibt es dazu auf jeden Fall ein Video. Und, äh, wie ich das Ganze dann natürlich auch in Alexa integriere. Und ich will das Ganze dann auch schauen, dass ich es in den IO-Blocker integriert bekomme. Das wahrscheinlich aber nur mit dem Alexa-2-Adapter. Aber das kriegen wir auch hin. Da sehe ich gar keine Probleme. Dann als nächstes. Ich hab's eben schon mal gezeigt. Insta360 One R. Das hier ist natürlich diese ultimative, äh, äh, Collection. Also, hier haben wir quasi alles mit dabei. Hier haben wir das One-Inch-Modul dabei. Wir haben das 360-Grad-Modul dabei. Was jetzt hier natürlich nicht dabei ist, ist das 4K-Modul. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das One-Inch-Modul mit dabei habt, dann braucht ihr das 4K-Modul auch gar nicht mehr. Sind wir aber trotzdem hier bei einem Preis von 732 Euro. Ähm, aber wir sparen hier immer noch 64,96 Euro. Ähm, aber, und zu allem, was ich euch jetzt noch zeige, könnt ihr zusätzlich so ein Ding hier mit reinpacken. Müsst dann einfach nur hier den Code SHIMMER202. Oben hab ich's euch hingeschrieben. Ich packe's euch, schreib's euch unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr diesen Code, also wenn ihr quasi, ähm, zum Beispiel dieses Paket hier in den Warenkorb packt, und dann packt ihr euch das Ding hier auch noch in den Warenkorb, 22 Euro, und gebt dann am Ende, ähm, bei eurer Bestellung, also bei Fertigstellung eurer Bestellung, einfach noch den Code SHIMMER202 auf Amazon ein, dann wird diese 22 Euro, die werden aus eurem Warenkorb nochmal abgezogen, weil ihr diesen Stick dann kostenlos nochmal oben drauf bekommt. Gut, hier vorne bei dem Set macht das vielleicht nicht ganz so viel Sinn, sei denn, ihr wollt dann unbedingt halt noch einen zweiten Stick, weil hier ist schon einer mit dabei, aber zum Beispiel hier bei der Insta360 ONE R, die, ähm, Twin Edition ist das hier. Das heißt, hier haben wir, also das ist quasi, das ist quasi das Ding hier, ja, die Twin Edition, ja, ich zeig's euch nochmal in groß. Das ist die Insta360 Twin Edition, da habt ihr quasi einmal das 4K-Modul mit dabei und einmal das 360-Grad-Modul mit dabei, steht auch hier vorne schön mit drauf, ähm, kommt in so einer schönen Verpackung hier bei euch an, ihr habt eine Speicherkarte mit dabei, ähm, und vor allem könntet ihr im Nachhinein auch noch, also hier die Module kann man auch einzeln kaufen, also wenn ihr ein 1-Inch-Modul oder ein 4K-Modul oder ein 360-Grad-Modul nochmal nachkaufen möchtet, dann könnt ihr diese Dinge auch einzeln kaufen, wie ihr hier seht und das ist gar kein Problem. Ähm, es gibt natürlich aber auch noch das 1-Inch-Modul, also wie gesagt, für die, für das, äh, für die Twin Edition, also sprich mit 4K-Modul und mit 360-Grad-Modul und mit Speicherkarte zahlt ihr dann 445 Euro anstatt 471, also hier spart ihr etwa 27 Euro, plus, wie gesagt, ihr könnt noch diesen Selfie-Stick mit dazu packen, der normalerweise 22 Euro kostet, kriegt ihr dann auch noch kostenlos, das heißt, ihr habt etwa 50 Euro gespart, summa summarum, ähm, die 1-Inch-Edition, ähm, die kostet allerdings ein bisschen mehr, da sind wir wieder bei 509 Euro, allerdings habt ihr hier auch eine Qualität, also ihr könnt, glaube ich, hier mit 5,3K 30 Bildern pro Sekunde oder mit 4K 60 Bildern pro Sekunde, glaube ich, war es, aufnehmen, also es ist wirklich ein richtig guter, schöner Weitwinkel, ihr habt hiermit wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe, schöne Qualität, wird auch nochmal ein separates Video zukommen, ähm, zum 1-Inch-Modul, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber zu Insta360 an sich, habe ich schon das ein oder andere Video auf meinem Kanal gemacht, schaut da gerne auf jeden Fall mal vorbei, diese Kameras hier sind echt Gold wert und wie ihr sehen könnt, die, ähm, also hier sind die, das ist das 1-Inch-Modul und das ist das 360-Grad-Modul, ich habe aber das, äh, 4K-Modul, hoppala, ich habe aber das 4K-Modul tatsächlich auch noch hier liegen, das sind einfach hier solche, solche Module, ja, die kann man dann quasi einfach, äh, hier an der Seite quasi reinstecken und, ähm, dann hat man hier quasi immer so ein Display-Modul, kann man hier sehen, diese zwei Display-Module immer neben der Linse jeweils und da steuert man das Ganze dran, da kommt auch dann die Speicherkarte hier seitlich rein und, äh, da hat man noch einen, ähm, USB-Typ-C-Anschluss, wo drüber man entweder Daten auslesen kann oder halt eben das Ganze auch an einer Powerbank anschließen kann, um zum Beispiel über Nacht eine Starlabs-Aufnahme zu machen und, ähm, ja, hier habe ich auch dieses Stativ quasi dran, unten mit so einem, äh, 3-Bein-Fuß noch dran einfach und dann kann man das Ganze einfach hier so schön hinstellen, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ähm, empfehle ich euch aber immer noch mal den ein oder anderen Ersatz-Akku mit dazu zu kaufen, weil, äh, gerade wenn man damit unterwegs ist und so, es macht einfach Spaß, ein paar Ersatz-Akkus da zu haben, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ja, ähm, und dann, what else to say, dann wie gesagt, One-Inch-Edition haben wir auch noch am Start und packt gern überall euch, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Selfie-Stick einfach mit dazu, äh, 22 Euro aktuell, beziehungsweise mit dem Code Schimmer202 ist das Ding for free mit dabei und wo wir gerade dabei sind, ich habe euch eben gezeigt, wo die Speicherkarten reinkommen, würde ich euch auch empfehlen, also ich meine, hier bei der, bei der Twin-Edition habt ihr ja eine Speicherkarte mit am Start, wie ihr sehen könnt hier bei dem, äh, bei dem Package, ähm, es gibt natürlich auch mal ein etwas günstigeres Package, da ist keine Speicherkarte dabei, müsst ihr dann entscheiden, was für euch, äh, also ich glaube, ich verlinke euch tatsächlich nur das mit Speicherkarte, das macht schon mehr Sinn, mit Speicherkarte dann direkt zu kaufen, weil ihr braucht eh eine, vor allen Dingen, weil die halt, das sind spezielle Speicherkarten, die etwas schneller schreiben können, weil gerade bei diesen 360-Grad-Aufnahmen, das sind Datenmengen, die da gleichzeitig geschrieben werden müssen, oder auch bei dem, bei dem One-Inch-Modul und so, das, ähm, da kannst du nicht einfach irgendeine Billo-Billig-Karte nehmen, da musst du schon was Anständiges, Schnelles nehmen, und, äh, da könnt ihr hier auch mal reinschauen, und ich glaube, hier diese Sandisk-Extreme mit diesen Gold-Dingern hier, das müssten die sein, die relativ schnell hier eben speichern können, ähm, schaut aber gerne hier auch dabei, keine Ahnung, für euer Smartphone, für dies, für das, für tralalas, ähm, die generell, die SD-Karten sind hier aktuell auch etwas günstiger, ähm, 15,99 Euro für 128 GB, ich glaube, da kann man auf jeden Fall nicht meckern, ähm, aber schaut hier gerne einfach nochmal rein, ich speichere, also ich packe euch den Link auf jeden Fall nochmal in die Videobeschreibung, und, dann ein Deal, der, ähm, den ich beim letzten Video auch schon gezeigt habe, die MS-Fit BIP, die habt ihr schon ordentlich gekauft, also, so, so viel gekauft, dass, äh, ja, sie eben nicht mehr für den Preis von, ich glaube, was waren das, 25, 35 Euro, äh, zu haben ist, aber, Gott sei Dank, die MS-Fit GTS, die gibt es noch aktuell für diesen Preis, 79,90 Euro und, äh, ich habe euch aber letztes Mal gesagt, dass ich das Ding noch am Aufladen war, hier ist das gute Stück, ähm, und, äh, hier sieht man jetzt auch in der Mitte, was ich meine, mit, äh, hier kann man dann quasi, hier in der Mitte habe ich die Schritte, hier habe ich dann, wie viel Prozent Akku ich noch habe, weiß nicht, ganz so scharf, ähm, dann, äh, äh, hoppala, habe ich hier oben, wie gesagt, die Uhrzeit, hier in der Mitte das Wetter, ähm, dann hier, wie viel Kilokalorie ich verbrannt habe und so weiter und so fort und man kann natürlich hier auch noch komplett durch das Menü einfach durchscrollen, kann sich hier verschiedene Sachen anzeigen lassen, ähm, hier den, ähm, Herd Rate quasi messen, ne, dann blinkt das hinten so grün, also, ne, wenn das jetzt hier quasi drauf liegen würde, würde das dann so meinen, ähm, Puls messen und, ja, wie gesagt, Schlafüberwachung, äh, Schritte zählen, ähm, verschiedene Sportmodis überwachen, Benachrichtigungen, WhatsApp-Nachrichten und so weiter und so fort, kann man alles mit dem Ding machen, äh, unter 100 Euro kostet normalerweise 130 Euro, also ihr spart auf jeden Fall hier über 30 Euro und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, kann ich euch empfehlen, das Ding ist mein Daily Driver, ich benutze die, man kann es auch als Wecker am Handgelenk benutzen, ist morgens richtig cool, um damit wach zu werden, also, und ist auch wasserdicht, man kann damit schwimmen und so weiter und so fort, also es ist wirklich ein richtig gutes Smartwatch, äh, gutes Smartwatch, mein Daily Driver als Smartwatch und, äh, Akkulaufzeit, 20 Tage so um den Dreh rum, kann man nicht meckern, ist richtig gut. Ähm, ja, also, äh, ist auch tatsächlich nur in Schwarz, äh, für diesen Preis noch erhältlich, ähm, die anderen, äh, Modelle hier in Rot zum Beispiel kosten noch 130 Euro oder hier dieses, äh, mit dem gräulichen Band, was ich jetzt hier quasi hab, dieses grau-grünliche Band, bin ein bisschen farbenblind, aber für mich ist das grau-grün, für euch ist es wahrscheinlich nur grau oder nur grün, keine Ahnung, ähm, aber das kostet dann 119 Euro, beziehungsweise ist auch gar nicht lieferbar, äh, beziehungsweise, ach so, ist ja, egal, man kann es eh bestellen jetzt und lieferbar ist es aber erst ab dem 25. Oktober, ähm, okay, aber ist halt auch ein beliebtes Produkt, ist, wie gesagt, eine richtig geile Smartwatch, zumal man hier vorne die Sachen auch individuell so einstellen kann, wie man das gerade selbst gerne haben möchte, also wenn man zum Beispiel hier links lieber, ähm, die Akku, wie viel Akku man noch hat, haben möchte, kann man das dahin tun, wenn man das lieber in der Mitte haben möchte, wenn man das hier vorne gar nicht haben möchte, macht man es eben komplett weg, man kann hier in der Mitte, äh, das Wetter hinmachen oder jetzt hier wie der, wo man hier, ich glaube, das sind die unterschiedlichen Pult-Taktungen zu den verschiedenen Uhrzeiten über den Tag verteilt, kann man auch machen, also man kann wirklich, sich individuell vorne das, wie beim Handy, äh, diese verschiedenen Widgets auch hier so zusammensetzen, wie man das gerne haben möchte und diese Individualisierbarkeit einer Smartwatch empfinde ich doch als sehr, sehr, sehr gut, ist sowohl mit iOS, äh, kompatibel als auch mit Android, das könnt ihr, ihr könnt diese Smartwatch einfach mit beiden Smartphone, äh, äh, Geräteherstellern einfach, ähm, verbinden, also mit beiden Systemen gar kein Problem und das finde ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und dann Laptops, mich haben ein paar Leute angeschrieben, die gesagt haben, hier kannst du nicht mehr die Augen offen halten nach Laptops, ähm, die ein bisschen günstiger sind, also habe ich hier geschaut, es gibt eine extra Kategorie Laptops und PCs bis 600 Euro und, ähm, ich denke mal, das ist so der Preisrahmen so von einem Standard-Laptop oder von so einem Standard-Rechner, was man eben, was viele bereit sind eben für sowas auszugeben und, ähm, ja, hier mit Geräten von Acer, Huawei, Lenovo kann man sowieso gar nichts verkehrt machen, ähm, Asus bin ich früher auch immer mitgefahren, aber, ähm, ja, mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz so, äh, im Thema drin, weil ich auch schon lange keine Laptops mehr benutzt habe, das ist bei mir wirklich während der Ausbildung so gewesen, ich habe auch lange Zeit mein MacBook benutzt, das hat aber dann in China den Geist aufgegeben, dann bin ich dann dort mit einem, äh, mit einem Xiaomi Notebook Pro durchgestartet habe, dann dort mit, äh, weiter meine Videos geschnitten, Gott sei Dank, weil, ähm, mit dem, ja, mit meinem MacBook war das nicht mehr so möglich, das hat die Luftfeuchtigkeit in China nicht so ganz ausgehalten und, äh, ihr wisst Bescheid, ne, aber, ähm, ja, hier generell, wie gesagt, die Geräte, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen, man hat hier verschiedene Geräte von 15,6 Zoll über 14 Zoll, 15 Zoll, ähm, ich würde tatsächlich so größere Monitore eigentlich meist, ähm, ja, eher profil, also eher, eher bevorzugen, aber das muss natürlich jeder wissen, hier zum Beispiel bei diesem 13 Zoll Matebook von Huawei haben wir ein 2K Full-View-Display, während wir hier zum Beispiel bei den anderen nur 1080p, ähm, also Full-HD-Displays haben, da muss man aber jetzt halt auch noch dazu sagen, natürlich ist so ein 2K-Display, das frisst viel mehr Ressourcen und, ähm, für die doppelte Auflösung mehr Ressourcen, aber gucken wir mal, AMD, Ryzen 5 mit am Start, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher, Fingerabdrucksensor und so weiter und so fort, 599 Euro, kann man nicht meckern, hier der Lenovo hat scheinbar einen kompletten Flip-Display, ist auch auf jeden Fall eine nice Sache, ähm, Intel Pentium, whatever, den kenne ich nicht, ähm, also tatsächlich hier so, ja, auch ein Ryzen 5, also tatsächlich mit, 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 mit Ryzen, finde ich heutzutage kann man eigentlich fast keinen, also Ryzen oder hier der Intel Core i5 auch gar nicht so schlecht, wobei ich tatsächlich mittlerweile eher bei Ryzen bin, früher habe ich gesagt, boah, Intel und Nvidia, beste Kombination für Zocker, heute würde ich tatsächlich sagen, AMD CPU und AMD Grafikkarte, vor allen Dingen mit einem richtig guten Arbeitsspeicher gekoppelt, ist der, ähm, ist eine AMD CPU einfach, wirklich super, super nice, ähm, ich habe mehrere Gaming-Rechner inzwischen zusammengebaut mit AMD CPUs und die laufen wirklich wie, die schnurren wie ein Kätzchen, da läuft jedes Problem, äh, jedes, äh, Spiel ohne Problem und vor allem, was ich ziemlich geil finde, ähm, mit der, äh, RX 580, äh, von Sapphire, die übertaktete Version, so eine babyblaue, äh, babyblaue Grafikkarte ist, dass die leuchtet auch so ein bisschen schön, es gibt auch noch einen Nachfolger, RX 590 inzwischen, soweit ich weiß, ähm, mit diesen Grafikkarten, 8 GB Grafikspeicher am Start, spielst du einfach jedes Spiel in den heißen Settings without any problems, ist einfach eine richtig geile und gleichzeitig günstige Grafikkarte, kann ich wirklich einfach nur mega, mega, mega empfehlen und, ähm, ja, dann als nächstes, ja, sagen wir es mal so, ich hatte diesen Sandwichmaker mal hier, aber da gab es jemanden, der fand den so gut, dass er ihn mitgenommen hat, Real Talk, 3. Mai 2020, habe ich das Ding schon mal gekauft, ich werde ihn mir jetzt aber nochmal kaufen, beziehungsweise, ja, doch, ich werde ihn mir jetzt einfach nochmal kaufen, weil das Ding ist wirklich so, so geil, es ist meiner Meinung nach einfach der allerbeste Sandwichmaker all over the planet, ähm, ich meine, beim damaligen Kauf habe ich 50, 60 Euro dafür bezahlt, der ist jetzt zwar nicht in Amazon Prime Sale mit drin, aber er ist dennoch günstiger als sonst und ich frage mich ehrlich gesagt, warum die das hier nicht mit dabei geschrieben haben, dass der aktuell günstiger ist, ähm, aber, ich, wie gesagt, damals, ich meine, ich habe 50, 60 Euro dafür bezahlt und, äh, jetzt kostet er halt eben nur noch um die 40 Euro und, äh, es ist wirklich, also, dieser Sandwichmaker, ähm, der ist auch vor allen Dingen leicht zu reinigen, das verklebt nicht da und vor allem, natürlich muss man trotzdem vorsichtig sein, ich würde da jetzt nicht unbedingt mit dem Messer so lang kratzen, ihr wisst, das, äh, ist der Tod eines jeden Sandwichmakers, aber, ähm, man kennt ja diese Billig-Sandwichmaker, ich meine, jeder hat schon mal irgendwann irgendwie im Aldi oder in so einem 1-Euro-Store oder so sich so einen Sandwichmaker gekauft, so auf schnell oder für die Arbeit oder whatever, so, keine Ahnung, für 5, 10 Euro oder whatever und, ähm, ihr wisst es, diese, diese schwarze Beschichtung, ihr geht, ihr kommt nur, die Beschichtung sieht nur die Messerspitze und dann macht das schon ploff und plappt einfach da ab oder bleibt am Sandwich hängen und so, das muss nicht sein, ich glaube, das ist auch nicht so gesund, ähm, und hier ist es auf jeden Fall viel, viel, viel besser verarbeitet, ihr habt hier vorne, äh, zwei Leuchten, äh, die euch quasi anzeigen, ist er gerade ready, ist er nicht ready, ähm, und die Sandwiches hiermit, die sind einfach wirklich hammer lecker, also auch vor allen Dingen, die, der hat schöne tiefe Pockets hier, also die, die, diese Vertiefungen hier, also da könnt ihr wirklich auch ordentlich was in das Sandwich mit reinpacken und das, boah, ist dann, ist wirklich super, super lecker, kann ich euch mega empfehlen und wo wir gerade beim Thema Essen sind, natürlich ein bisschen was zum Trinken, machen wir auch mit am Start, ähm, ich zeige euch das jetzt hier einfach mal, äh, ich verlinke es euch trotzdem einfach in der Videobeschreibung, einfach nur aus Gag, äh, weil ich es mir jetzt eben kaufen werde, ähm, und ich halt einfach, äh, ich liebe diese Grandini-Säfte, ich weiß nicht, wie gesund oder ungesund die sind und es ist mir eigentlich auch scheißegal, weil die schmecken einfach hammergeil, gerade dieser Bananensaft, ich liebe Bananensaft, den könnte ich einfach von morgens bis abends trinken, ähm, aber der ist auf, auf Dauer so ein bisschen zu dickflüssig, zu schwer im Magen und deswegen habe ich mir jetzt halt, wie gesagt, hier noch diesen, ähm, anderen Saft hier mit reingeballert und den bestelle ich mir jetzt noch schön und, äh, hier ein klitzekleiner Nachtrag, denn ich habe gerade, nachdem ich das Video aufgenommen habe, hier noch was gefunden, was ich mir tatsächlich auch noch gekauft habe, ich zeige euch das mal kurz, diese coolen Joy-Cons hier für 37,59 Euro, die gibt es einmal hier in Transparent, äh, in der Farbe habe ich sie mir auch bestellt, weil ich sie am coolsten finde, es gibt sie aber auch ganz normal in so, äh, rot-blau mäßig angelehnt wie die Originalen und wenn man sich überlegt, 37,59 Euro und dann hier die Originalen daneben für, äh, die sind zwar auch aktuell reduziert, kosten normalerweise 80 Euro, aktuell 61 Euro, also auch da hat man, äh, etwas über 20 Euro, äh, gespart, ich verlinke euch hier auch immer gerne in der Videobeschreibung, wenn ihr möchtet, aber, ähm, äh, ja, also hier, ne, also gerade hier diese durchsichtigen, erstens mal sehen die Hammer cool aus, die unterstützen halt auch hier diese Weckenfunktion und so, das ist halt immer ganz wichtig, da müsst ihr drauf achten und ansonsten sind die halt 1 zu 1 kompatibel, ganz normal mit der Nintendo Switch und, äh, dann habe ich mir jetzt auch noch, weil ich bin ja aktuell mein drittes YouTube-Studio am Bauen, ähm, hier dieses, also das ist mein Standard-Gimbal, das verwende ich in jedem Studio aktuell, kostet normalerweise knapp 30 Euro, aktuell 50% reduziert, äh, oder 48%, ist auf jeden Fall ziemlich geil, ähm, ja, das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal zulegen, also ich, äh, verlinke euch diese, ähm, drei Sachen hier auch noch mit dabei, äh, also ich würde sagen, hier die Joy-Cons, die packe ich euch, äh, bei dem Controller mit dabei und, ähm, ja, ist auf jeden Fall geil. Freue mich, äh, freue mich dann darüber, dass der hier die nächsten Tage eintreffen wird und ich mir damit gemütlich, äh, gemütlich, ja, gemütlich den Bauch vollschlagen kann, weil wirklich, ich, ich trinke diese Säfte hier von Granini wirklich sehr, sehr, sehr gerne, no, no sponsored placement oder sonst was, ich mag das einfach, weil immer nur Wasser ist zwar auf jeden Fall auch gut, aber so auf Dauer, man möchte auch mal ein bisschen Geschmack drin haben und da ist auf jeden Fall so ein Säftchen eine tolle Sache. Ja, ich hoffe, euch hat auf jeden Fall auch, äh, äh, diese kleine Zusammenstellung an Produkten hier, äh, für den Amazon Prime Day gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir ein bisschen was Nettes in die Kommentare und vor allen Dingen, ich habe euch in der Videobeschreibung auch noch den Link zum Kontaktformular von Deal Heroes dagelassen. Das ist unsere persönliche Preisvergleich-Webseite, die Community basiert ist. Das bedeutet, sollte irgendeiner von euch irgendeinen hammergeilen Deal finden, wo er sagt, ey, da muss die Community drüber Bescheid wissen, ähm, schickt mir das gerne über das Kontaktformular zu, schickt mir den Link am besten noch mit rein und, ähm, dann gucke ich das, falls ich jetzt hier die nächsten Tage nochmal solch ein Update-Video mache, ähm, ich das dort eben mit reinbringe und, ähm, generell, wenn ihr da zum Beispiel auch zu anderen Produkten auf der Webseite selbst noch irgendwo bessere Preise findet, dann lasst es mich auf jeden Fall auch noch gerne wissen, ähm, dann schauen wir da auf jeden Fall die Tage auch nochmal gerne vorbei. In diesem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen, Däumchen nach oben, liebe Kommentare unten reinschreiben und, falls ihr's noch nicht getan habt, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld und gebt mir die Möglichkeit, hier, äh, ja, weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach vorne